Ja, wir verlassen gerade das Gebiet, in dem es friedlich ist und wir wollen eine Aufgabe, zwei Aufgaben erledigen und irgendwie wollen wir uns noch mit diesem Colin treffen und wir machen mal weiter. So, ah, das Waffenrad, oh, das ist aber jetzt noch nicht voll. Nein, das ist nicht unser Waffenrad. Wir können darauf mit Q zudrücken, äh, schnell drücke und halte Q, okay. Ja, gut, das ist wichtig, Q. Was wohl? Ah, ja, cool. So. Okay, Mission aktualisiert, kein Fritz. Oh, Moment. Moment. Ich höre was. Kann mich täuschen, aber. Na gut, wir gehen mal weiter. Sieht ja aus, als wenn wir da hoch müssen. Was ist das da oben? Kann ich da rein? Ja, man geht langsamer, wenn man dieses Licht anhat. Okay. Oh, da liegt noch was, da gehe ich natürlich hin. Chemische Verbindung. Das ist nochmal Munition, die nehmen wir auch mit. Ah, hier ist ein Werkball. Was haben wir denn hier? Spiel speichern können wir hier. Jo, das machen wir glatt, so, immer. Was so tut. Was können wir denn herstellen? Wir können noch nicht sehr viel herstellen, wie ich sehe. Einen nur noch. Oh, das ist nicht günstig. Kann ich einen noch herstellen? Moment. Ja, machen wir das mal lieber, falls wir es brauchen. Wir haben im Besitz acht. Gut. Gut. Das ist so eine Art Unterschlupf, ne? Was ich mal ganz schnell aufhalten kann. Gut. Wir gehen jetzt mal. Schlupf nicht so, Mensch. Hebe die Füße hoch. Da oben müssen wir hin. Äh, Gebietskarte. Ja, das habe ich schon begriffen. Da muss ich nur auf M drücken. Das war eine Aufgabe. Das ist die zweite. Ne, das ist die Hauptaufgabe. Genau. Ne, das ist ein Nebenziel. Das ist die Hauptaufgabe. Okay. Gott. Habe ich verstanden. Oh, Moment. I see two resistance outposts. You go about your business while I stay here and enjoy the view. And please don't do anything stupid. Oh, ja. Oh, Moment. Da krabbelt einer und da fliegen zwei. Ups, ne, okay. Hinter mir ist keiner. Ja, ich kann nicht da hoch. Ob ich das will oder nicht, spielt keine Rolle. Also der Weg ist sehr genau vorgezeichnet, den man gehen muss. Das ist hinterher. Hä? Moment. Ja, und die Geräusche machen einen nervös hier. Da watschelt wieder irgendwie so ein... Scheiße, ist die Waffe ungenau. Ja, ja, meckert du mal rum, du blöd Mann. Ich erschieße die gleich, ey. Echt du. Ich weiß doch, wie man auf diese blöden Augen zielt. Nur wenn ich kein Zielfernrohr habe, kann ich da nicht drauf schießen. Den Dinger trifft man doch nicht. Moment. Oh, scheiße, der hat mich erfasst. Nein. Oh, warte, 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 warte. Mitnehmen, immer mitnehmen. Da ist eine Munition, ist da drin. Warte mal, das sind jetzt... Ist das jetzt einer? Wo ist der andere hin? Die... Die gehen auch schnell, relativ schnell weg. Ah, hier ist der andere. Ach so. Ja, das Gewehr ist nicht sehr genau. Ich muss mal gucken. Ich muss diesen Großen da aus dem Weg schaffen. Ich weiß gar nicht, müssen wir da eigentlich lang? Nicht unbedingt. Wir müssten nach rechts. Ich werde trotzdem den da aus dem Weg schaffen. Und du schlurrst. Jupp, den haben wir. Können wir da rein. Hätte ich auch von hier machen können, ne? Na ja. Oh, mitnehmen. Ist noch was? Moment. Nein, sieht gut aus. Wo ist denn der? Oh, was ist das? Hey, wo ist der? Besteh ich nicht. Der war doch hier eben. Hey, das ist meiner. Gib den wieder her. Oh, oh. Das kann ich nicht passen bei mir. Moment. Ich sammle erst mal ein bisschen was ein. Und, äh, oh. Ah, hier ist der Werkbank. Super. Ja, Munition ist äußerst wichtig. Ich versuche mal. Kann ich hier noch irgendwas finden? Moment, ich mache mal. Was kann ich mir denn jetzt machen? Ich kann mir immer noch nichts machen. Mir fehlt noch was. Ich brauche nicht so viel. Oh, warte mal. Was ist das denn? Offensivgegen. Kann hergestellt. Ein Wurfgerät. Also ein lautes Geräusch. Das soll mit dem Feinde angelockt werden. Mhm. Da könnten wir wahrscheinlich eins von machen. Was ist das? Munition für Phasen. Plasma-Gewehr der ersten Generation. Kann hergestellt werden. Ist klar. Ob wir das mal machen? Ja, warum nicht, ne? Das scheint eher auch eine Bombe zu sein oder so. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich mache mal eins. Genau. Audio-Täuschkörper senden ein Hochfrequenzgeräusch aus, das kurze die Feinde einloggt, die sich in der Nähe befinden. Um den Audio-Täuschkörper einzeln, weise in dem Slot Offensivgegenstand im Inventar zu und drücke G, um ihn zu werfen. Okay. Gut. Mehr können wir nicht machen. Können wir Mone zu? Können wir noch nicht machen, ne? Ne, da fehlt uns erst mal Altmetall und die Chemikalien. Okay, gut. Das ist hier wahrscheinlich das Gleiche. Wobei. Achso, das ist die Munition für. Da brauche ich Energiezellen für. Wieso das denn? Na gut, ist so. Was ist hier noch? Achso, man kann nur durchschalten damit. Gut. Okay. Wie viel Schuss haben wir? 140 für die Waffe. 131. 110. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich werde mich wohl erst mal... So, jetzt haben wir gespeichert. Das ist nicht schlecht gemacht mit dem Speichern. Da kann man ab und zu mal speichern. Kann ich das rausnehmen? Hallo, ich würde das rausnehmen. Oh Mann, oh. So schönes Material. Und man muss sich alles liegen lassen. Also, wir müssen offensichtlich dort hinten hin. Und... Wie kommen wir den jetzt da irgendwie? Nee, wir müssen diesen Weg gehen. Also, erst zu dem Nebenziel. Das Nebenziel... Nein, wir müssen da lang. Also, zu den 321. Oh, haben wir hier noch irgendwas Schönes. Ah, hier sind noch ein paar Lumpen. Nehmen wir doch alles mit. Oh, was ist drin? Nö. Da hinten liegt was. Das nehme ich mit. Ja. Hier ist nichts weiter. Irgendwie scheint doch... Irgendwie scheint doch... Ach so. Was ist eigentlich mit diesem komischen Ding da? Durchsuche das markierte Gebiet. Soll ich den zerstören? Hm, was denn? Kein Spielzeug für Ryan. Okay. Durchsuche. Okay. Wir sind lehmend herausgekommen. Na ja gut, das wissen wir ja schon. Okay, wir versuchen das Ding mal abzuschießen. Jo, das war vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder doch verkehrt. Aber das werden wir ja gleich gewahren werden. Noch so ein Ding? Hier ist nichts weiter. Was ist das für ein Geräusch? Eine Kiste im Moment. Sagen wir da Stoff jetzt, wie es aussieht. Und Monizont. Sehr schön. Mitnehmen. Oh, zu niedrig. Schade. Ich habe doch noch keinen weiteren Punkt. Oder habe ich doch einen Punkt? Moment, Fertigkeiten. Wo ist denn das jetzt? Schlösser knacken. Ich habe keinen Punkt. Gut, dann müssen wir noch einen Augenblick warten. Wir müssen in die Richtung. Da schwebt wieder irgendwas. Irgendwas. Scheiße, wo ist denn das Ding? Hallo? 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 Mann, war man denn nicht geschossen? So eine Schweinerei. Ja, man kann anhand der Geräusche schon ein bisschen hören, was man machen muss. Das ist das Einzelne, was immer ist, dass wir müssen da an dem Gebäude... Vielleicht müssen wir da rein... Vielleicht müssen wir da rein... Gucken. Ist irgendwas... Nein, ich sehe nichts. Okay, dann gehen wir da jetzt mal hin. Okay, dann gehen wir da jetzt mal hin. Was? Was? Wo ist denn hier ein Hund? Oh, Moment. Das hört sich nicht gut an. Da ist wieder so ein... Ja, aber wo ist denn der Hund? Oh, der ist verletzt. Oh, ganz schnell reparieren. Ja, warte, ich komme doch hoch. Hör auf zu bellen, du lockst doch alle an. Moment. Moment. Der ist da unten irgendwo. Scheiße, verschlossen, ich komme nirgends rein. Moment, ich gucke gleich nach. Ich muss gucken, ob ich hier reinkomme. Ich habe immer noch nicht die richtige Fertigkeitsstufe. Okay. Da sind Stofffetzen. Kann ich da irgendwie rüber? Du bist hier. Moment, der läuft da. Das scheint alles gut. going. Depending. Oh. Hey, hey. Kleinen Hund gefunden. Hey, fuckhead, dein Radio ist auf. Oh, was zu Destroy. Oh, ich bin ein Widerling, hey. Ich bin immer ein Widerling. Oh, Erfahrungstufe 3. Cool. Können wir jetzt die Türen knacken? Moment, wir müssen erst noch Punkt vergeben. Ersten Punkt vergeben. Vielleicht können wir... Warte mal, wo war das jetzt? Schlösserknacken freischalten. Einen Punkt haben wir. Jawohl. Aktivieren. Jawohl. Jetzt können wir vielleicht auch in diese abgeschlossenen Türen schon mal rein. Das wäre doch nicht schlecht. Der läuft immer noch da unten rum. Ja. Hier ist aber nichts weiter. Ah, die ist... Die ist war nur für... Okay. Da war, glaube ich, hier wohl noch eine Tür, ne? Ja. Ja, mal gucken. Okay. Zack. Okay. Alles zerstört. Gut. Wo ist der? Der ist da unten. Da ist nichts weiter. Ich glaube, da muss ich doch eine andere Waffe nehmen für den. Ich gehe mal aufs Klo. Oh, den hat's erwischt. Oh, da ist was im Klo. Tö. Ich sehe, ob ich immer alles ins Klo stopfen. Oh, da muss ich hin. Moment. Wo ist er? Jo, mitgenommen. Position haben wir schon mal wieder ein bisschen. Hier ist eine Tasche. Ja, Altmetallstoffe, Handelsressource. Okay. Ist hier noch einer? Nein, aber... Au, au, au. Das macht doch bestimmt sehr aufmerksam. Was hab ich denn hier? So, mach ich das Licht aus. Wie hast du das Licht da gemacht? Ach du Scheiße. Wie hab ich das Licht da gemacht? Oh, ich hab ein Licht schon. Ich versteck mich mal. Äh, ich weiß nicht, wie ich das Licht da gemacht hab. Ähm. Verflicks, Taschenlämme? Jo, Taschenlämme ist hier. Okay. So, wir müssen weiter in die Richtung. In dieses Gebäude. Da ist aber auch noch eine Markierung. Okay, gehen wir erst in das Gebäude. Looter will, wie sch... Looters werden erschossen. Jawohl. Also, wer hier loutet? Ich gucke mal. Ich muss das ja irgendwann mal machen, ne? Ja, meiner hat da mal Anfang... Äh, Moment. Geh. Die Wand soll man gleich zerstören. Jo, das war's. Genau, das war's. So, jetzt guck ich aber lieber... Hm, hier drin nicht. Hier scheint keiner zu sein. Oh, in der Kiezhäle. Die nehmen wir mit. Da kann man hochlaufen. Warum? Warum ist mir noch nicht klar? Hm. Ist da irgendwas? Ist da was? Nö. Ist da was? Kein Feind in Sicht? Gibt's ja auch gar nicht. Ich gehe hier mal weiter. South Division ist definitiv hier. Aha. Okay. Ja, hier liegen immer ein paar Sachen, die wir mitnehmen können, wie es aussieht. Ah, Muni. Sehr schön. Pistole, Gewehr, Schrot. Ich habe noch keine Schrotwaffe. What do we have here? Ah, Sprengstoff, Material. Na gut. Da ist eine Werkbank auf jeden Fall. Gucken wir da erstmal ein bisschen durch. Jetzt können wir, glaube ich, was einiges basteln. Und noch ein Gewehr. Gott, das nehme ich nochmal mit. Handelsressourcen. Speicher, können wir gleich machen. Okay. Äh, ich will erst nochmal gucken, ob ich noch was herstellen kann. Hier gucken wir natürlich jetzt erstmal durch. Was haben wir denn da? Gruselige Püppchen. Ich lese das mal vor. Gruselige Püppchen. Irgendein Vollidiot kam auf die glorreiche Idee, Schaufensterpuppen für Zielübungen zu verwenden. Das ist ein totaler Müll, wenn du mich fragst. Mag der Gedanken nicht, auf irgendetwas zu schießen, das ein Gesicht hat. Außerdem sind sie voll gruselig. Schoko und ich hatten gestern Wache. Es war so dunkel, dass wir nicht mal zwischen einem der Schaufensterpuppen und einem Terminator unterscheiden konnten. Sie sehen so menschlich aus. In der Nähe von diesem Wichser nehme ich mich immer in Acht. Schoko meinte, jetzt weißt du, wie ich und die Jungs uns fühlen. Ihr Rotschöpfer verwischt die Linie zwischen Mensch und Maschine. Ihr habt keine Seele und ihr seid vollkommen verrostet. Was für ein verdammter Komiker. Tü, jojo. Was haben wir da noch Schönes? Ja, das mit den Handelsressourcen, das habe ich jetzt noch nicht gescheckt. Aber wir nehmen es mit. Ich brauche vor allen Dingen die Munition. Ich weiß, dass ich die irgendwann brauchen werde. Hier ist nichts weiter, wie es aussieht. Okay, ich gehe da so was, oder? Das können wir doch bestimmt noch brauchen. Da werden wir gleich hingehen. Dass die Leute immer nicht die Füße hochheben können. Ah, jetzt können wir die erste Muni machen. Seht ihr? So, jetzt schauen wir noch mal, was wir bei den Waffen haben. 226 für die. Die Pistole hat auch schon ganz gut. Die UC werde ich wohl nicht so häufig benutzen. Aber wir haben ein zweites Gewehr. Und ich werde mal schauen, ob wir das zerlegen können. Können wir das nicht zerlegen? Oder so? Nee, warum sollte ich das jetzt ablegen? Eigentlich würde ich das gerne zerlegen. Das macht mir nämlich hier die Dings voll, sonst muss ich es abschmeißen. 640, 600. Nee, die sind identisch. Okay. das absolute Töten Tüscher. Was mache ich mit der zweiten jetzt? Ich will mal gucken, ob ich die an der Werkbank zerlegen kann. Kann man dann gar nichts zerlegen? Also hier kann man leider nicht zerlegen, wie es aussieht. Was nehmen wir denn? Wir brauchen Munition für Gewehre. 20 Schuss. Ja, gut. Okay. Gut, wir brauchen wieder Chemikalien und Energiezellen. Okay. Gut, wir gehen weiter, würde ich sagen. Da oben hin. Wir sind hier, das heißt, wir müssten Speicherpunkte. Die Häuser sind immer Speicherpunkte. Warte mal, wo war denn? Wir hatten doch eben einen hier. Ah, hier, glaube ich. Ja, sehr gut gemacht. Okay, wo geht es hier hin? Tee drücken. Ja, brauche ich aber nicht. Aha. Ah, hier sind noch mehr Sachen. Aha. Sehr schön. Alles mitnehmen. Und noch eine Horkonotte. Gewährmonie, Gewährmonie. Oh, das hätte ich einmal brauchen. Ja, cool. So. Bitte fauler wieder durch zu krabbeln. Oh. Ist da jemand? Oh, ja. Okay. Ist da laut? Mach das leise. Ich glaube, man darf die gar nicht so weit weg abschießen. Sollte ruhig. Jupp. Der ist da, da bin ich reingekommen. Ich versuche nochmal hier rum zu kommen. Der ist doch hier drin im Lager, oder nicht. Ich habe nicht gesehen. Du brauchst dich gar nicht verstecken, du. Oh. Oh. Also, ist hier noch mehr? Ne, sieht gut aus. Ich glaube, jetzt können wir uns wieder aufrichten. Und wir wollen mal hier kurz durchgucken. Ich habe hier noch was gesehen. Das nehmen wir mit. Chemische Verbindungen, genau. Kann ich da irgendwo? Oh, hier liegt da auch noch was. Ah, Energiezellen wieder, ja. Nicht da reinfallen. Man spricht doch nicht gleich so weit. Hast du eine kräftige unter Kontrolle, was? Ist hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Ne, also man kann wirklich, ist nicht wirklich sehr eingeschränkt. Das ist ein sehr linearer, äh, ja, wie nennt man das jetzt? Da ist noch was, das nehme ich mit. Stoff ist immer gut. Was zu trinken. Ja, das mit dem Verkaufen, das müssen wir noch besser hinkriegen. So, hier waren wir schon. Hab ich den? Den hab ich. Gut. Okay, wir gehen wieder weiter. Wir müssen in die Richtung, wenn ich das richtig sehe. Ähm, hier so quer durch, würde ich sagen, ne? Werkzeug für rein. Und hier oben ist auch noch einer. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst Werkzeug für reinholen. Wir müssen da so lang, genau. gucken, 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 gucken. Scheint gut. Ja, ich bin äußerst vorsichtig. Sterben kann jeder. Ah, was ist das denn hier? Oh, äh, super. Aber wir wollen ja nicht sterben, ne? Oh, könnte ich hier noch ein bisschen was abstauben? Das wäre jedenfalls nicht schlecht. Moment. Ne, alles gut. Ne, die glänzen zwar die Sachen, aber die kann ich nicht benutzen oder brauchen. da ist nichts, wie es aussieht. Ich gehe jetzt noch mal in die andere Richtung. Können wir da hoch? Das sieht fast so aus, ne? Ah, willkommen bei Big Chefs. Heimat des Big Bun Burgers. Belegnummer, bla bla, Bedienung nennt sie Burly Beef mit Pommen. 4,95, Chili Beef Deluxe, 5,95, 70, Eistee, 0,3, 89 Cent, äh, Cent? Keine Ahnung, Dollar. Orangensaft, was die sich zusammen trinken. Trinkgeld, 9, danke, sie riecht nach Aschenbecher. Oh, cool, äh, sollte man mal heutzutage sagen. Kann ich da hoch? Ja, da kann nicht tatsächlich hoch. Oh, da scheint was drin zu sein. Ah, was haben wir denn da unten? Handelsrestourcen. Habe ich jetzt eine oder nicht? Ist doch offen. Ah, hier noch mehr, noch mehr, noch mehr. So, okay. Oh, hier ist aber viel zum Öffnen. Oh, ne Güte, was ist das alles? Moment. Da kann ich auch aufmachen. Da kann ich auch aufmachen. Mach doch mal das grüne Ding aus hier, das ist ja fürchterlich. Hier sind keine Maschinen, okay. Da kann ich mich erst mal ohne grünes Ding bewegen. Sind hier vorne irgendwelche grünen Maschinen, äh, Maschinen, nicht grün, sondern Maschinen. Ja, wir müssen auch looten. Wir brauchen das Material, um, äh, ja, schlicht und ergreifend Monizieren zu machen. Okay. Okay. Huch. Brauchen wir hier nicht eben schon? Oh, was haben wir denn da? Leider steht bei den Handelsressourcen immer nicht bei, was es ist. Das werden wir vielleicht später erfahren. ähm, ja, ihr Lieben, wir machen an dieser Stelle schon mal Schluss. Wir können mal aufmachen und dann geht's im nächsten Video weiter. Jo, hier ist nichts mehr. Also, ich bleib mal hier so hocken, da sieht mich keiner. Also, Daumen hoch und denkt an die Glocke. und wenn ihr noch kein Abo habt, macht doch ein Abo, bitte. Tschüss.